Hey, macht schon. Holt eure Sachen. Gehen wir. Versuchen wir es nochmal. Vor einer Woche war mein Leben noch ein Wettlauf gegen die Zeit. Okay, ich hol sie jetzt da raus. Darauf bedacht Menschen zu retten, die kaum noch welche hatten. Doch ein Moment änderte alles. Komm schon. Wir kommen zurück unter den Lebenden. Ich versteh nicht, was hier passiert. Ich wusste, dass er sterben würde. Ich glaube, ich sehe die Zukunft. New York City hat ein ganz neues Level des Wahnsinns erreicht. New York City hat ein ganz neues Level des Wahnsinns erreicht. Das ist ein Notfall. Raus aus dem Zug. Dieser Mann will euch umbringen. Warum? Wer bist du? Was ist hier los? Ich kann die Zukunft sehen. Das hat sie nicht kommen sehen. So funktioniert das nicht. Das ist Ezekiel Sims. Er war mit meiner Mutter im Amazonasgebiet, als sie Spinnen erforschte, kurz bevor sie starb. Warte mal. Dich kenne ich doch. Wir wohnen im selben Haus. Du bist die Sanitäterin. Ja, du hättest mich beinahe überfahren. Findet ihr es nicht merkwürdig, wie wir alle miteinander verbunden sind? Was? Ganz ehrlich? Das ist wirklich noch das Normalste, was heute passiert ist. Du hast keine Ahnung, was aus diesem Mädchen wird. Glaubst du, er kann in die Zukunft sehen? Er versucht zu ändern, was passiert. Julia, runter! Wenn ihr am Leben bleiben wollt, müsst ihr ihr vertrauen. Bereit? Jetzt!